Nochmal zu Volumina. Also unser Thema ist heute Volumen nochmals und was man damit machen kann. Den Rauminhalt, den bestimmt man in der Praxis für irgendwelche Gegenstände. Also das ist nicht das Problem. Wie die auch aussehen mögen, ob das eine Cola-Dose ist oder weiß der Kuckuck was oder irgendwie ein Quader, der irgendeinen bestimmten Rauminhalt hat. Ganz egal. Das ist der eine Nutzen. Man macht es auch, indem man sagt, das macht man in der Bauwirtschaft, Kubikmeter umbauten Raum, also wenn man hier so ein Haus hat, dann kann man diese einzelnen Volumina zusammenfassen, indem man sagt, von hier bis hier, das wäre also die eine Sache hier. Das ist ein Volumen, das kann man ausrechnen ganz einfach und hier oben das Dachvolumen kann man auch ausrechnen und dann sagt man, gut, und die beiden Volumina fasse ich zusammen, da sagt man dann Kubikmeter umbauten Raum. Kubikmeter, höchstwahrscheinlich, weil ich hier mit Metern rechne beim Haus und nicht mit Zentimeter. Das wäre ja albern. So kleine Häuser, das wäre wohl albern. Lohnt sich nicht. Aber wozu brauchen wir es noch? Bevor ich dann nochmal ganz genau drauf eingehe, schon mal sicherheitshalber, das findet ihr auch im Buch, dieses Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben hier ein Müllauto. Und dieses Müllauto wird von den Leuten immer beladen, die das da machen. Und die schmeißen hier immer hinten irgendwie Müllsäcke rein. Ach so, ne, die sind ja gelb. Gelbe Müllsäcke rein. Dann dauert es nicht lang, ist das ganze Ding voll. Naja, wenn man das so ließe, dann wäre doch, wir kennen alle Müllsäcke, richtig viel Luft dazwischen. Und, damit das eben nicht passiert, kommt in Abständen hier intern so eine Klappe hoch. Die klappt dann hoch und schiebt den Müll, wird also in die Richtung zusammen, sodass der Müll richtig doll zusammengepresst ist. Verdichtet wird der. Und da geht es auch wieder um Volumina. Denn, es wäre ja schade, wenn ich jetzt mit so einem Müllauto durch die Gegend fahre und nur Luft transportiere. Wir wissen alle, dass so ein gelber Müllsack ganz, ganz leicht ist. Da ist nicht viel drin. Und dass da ganz viel Luft dazwischen ist. Das wäre schade. Da braucht man Volumen. Man braucht Volumen an jeder Ecke. Wir werden hier noch drauf kommen, da geht es um das Thema Verdichten und Dichte von Materialien. Ist aber später unser Fall. Wir müssen erst noch das Thema Masse behandeln. Also Volumina, die braucht man für die unterschiedlichsten Dinge im Leben. Die braucht man dann wirklich. Also das, wenn ich auch immer sage, Mathematik ist nur Denken, Trainieren. Hier in diesem Fall, in Physik geht es darum, dass man ein bisschen rechnen muss, damit man mit Volumina klarkommt. So, Volumen berechnen werden wir in Mathematik noch viel eindeutiger machen. Aber wir können uns schon mal merken, abgeleitet hier von diesem Beispiel. Wenn Grund- und Deckfläche gleich sind, wenn die gleich sind und parallel zueinander sind, dann kann man einfach das Volumen ausrechnen, indem man sagt, Grundfläche mal Körperhöhe. Ob das eine kreisförmige, eckige oder sonst was für eine Fläche ist, wenn die hier oben gleich ist. Ganz einfache Formel, Grundfläche mal Körperhöhe. In anderen Videos habe ich das nochmal dargestellt. Es könnte ja auch sein, ich mache diesen Fall mal blau. Es könnte ja auch sein, dass wir es mit einem Kegel zu tun haben. Aber auch dieser Kegel hat eine gewisse Höhe. Diese Höhe steht immer senkrecht auf der Grundfläche. Und wenn ich mir jetzt hier die Grundfläche betrachte, dann sieht die ja dieser rechten hier ähnlich. Also hier habe ich wieder eine Grundfläche. Dann ist in diesem Fall, weil nämlich hier außenrum so viel fehlt, also ich zeige es mal. Ich mache es mal so. Wenn ich also einen Zylinder hätte, gehabt hätte, machen wir alles in Mathe noch ausführlich, dann fehlt mir ja hier außen so viel. Und deswegen heißt es in diesem Fall dann die Formel, V ist ein Drittel. Grundfläche mal Körperhöhe. Grundfläche mal Körperhöhe bleibt. Aber es fehlt so viel, ein Drittel. Deswegen ist das nur ein Drittel davon. Immer wenn es spitz zuläuft. Kann auch wieder verschiedene Formen annehmen. Das üben wir dann in Mathematik noch ausreichend. Das ist kein Problem. Gut. Gleich zu einem anderen Problem. Und zwar mache ich jetzt das Video mal dicht. Und es geht weiter beim Thema Masse.